Moin, wir sind Stefan und Susi und sind in unserem selbst ausgebauten Allrad-Lkw Floh unterwegs. Wenn ihr Lust habt, nehmen wir euch über die Müritz mit bis nach Polen und zeigen euch, wie unsere Katze Mini zusammen mit uns das Vanlife kennen und lieben lernt. Los geht's! Da ist ja ordentlich was los, ne? Ich bin etwas schockiert. Hey, spitzen Wetter hier. Klasse. Aber wenigstens habe ich hier einen Unterstand gefunden. Ich bin total nass. Und ich hätte gern einen Tulli. Ich habe nur ein T-Shirt an. Ist auf einmal kalt. Oh, du ne. Susi hat das schon richtig gemacht. Sie hat gesagt, ich bleibe im Auto. Gleich ist mir egal. Jesus. Hoffentlich schlägt der Blitz in meinen Schilder ein. Ich bin hier. Angekündigt mit einem schönen Schild Belagwechsel heißt plötzlich Kopfsteinpflaster. Auch geil. Manche fahren ja extra bis Schweden. Wir müssen nur bis an die Müritz hier zum Blaubeeren sammeln. Hier ist im Wald sind echt alles, alle Büsche voll. Sehr cool. Das ist Heidelbeer Paradise hier. Heidelbeer Paradise. Links, rechts. So habe ich mir das ja vorgestellt hier. Mitten im Wald. Ganz allein. Der See. Und auch keiner da. Ist das nicht ein Traum? Das ist das nicht ein Traum. Das ist ein Traum, der auf Klapprädern mit dem Boot durch den Wald fahren. Viel Glück. Und See suchen. Hier gibt es überall Wasser. Wir werden schon See finden. Ist nicht ganz einfach hier als Kameramann. Boah, leck mich fett, ey. Pro-Tipp. Alles, was du zum Kanu fahren brauchst, in einen Karton. Jetzt waren wir da am See. Haben wir das Kanu ausgepackt. Da fehlen die kleinen Zwischenstücke für die Paddel. Und die Finne anderer Karton. Boah, das bin ich nochmal zurückgefahren. Boah, du kannst das hier zwar fahren mit so einem Brompen. Aber das musst du wollen. Geil ist nicht. We're on a boat. Mal wieder. Mal wieder. Nachdem Stefan die Paddelverbindung geholt hat. Lauf dir. Mal wieder. Mal wieder. Das war's für heute. Das Gefühl fahren wir seitdem wir hier in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs sind durch Schweden. Wir haben immer ganz viele Wälder, wir haben Heidelbeeren, wir haben Seen. Also hätten wir das schon mal früher entdeckt, wäre auch nicht so schlecht gewesen. Total cool. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Total schön. Hier sitzen wir echt noch nett am See. Hier steht eine Bank und hier haben wir ein kleines Lagerfeuer. Echt ein top Platz. Also besser geht es eigentlich gar nicht. Da hat man gar keine Lust weiterzufahren, weil man denkt, was soll denn da noch kommen? Bis zum nächsten Mal. Ich gebe noch eine Dorava und jetzt noch einen Teller. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir sind wieder auf dem Boot. Voll schön. Voll schön. Seerosen. Stefan wollte gar nicht los, weil es erst ein bisschen windig war. Aber jetzt ist es total traumhaft. Jetzt ist der See toll. Pass mal auf. Da, ein Traum. Spiegelblank. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.